Herzlich willkommen hier auf unserem Immobilienkanal. Mein Name ist Dennis. Wir stehen hier aktuell gerade in Mahmutlar, unweit von der Barbaros, also quasi eine Parallelstraße. Wir schauen uns hier eine Neubausite an, die zum Wiederverkauf steht. Eine 3 plus 1 Wohnung mit zwei Balkonen und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Anlage. Eingangsbereich, Kot haben wir da. Alles mit Naturstein gemacht. Wie gesagt, es sieht noch ein bisschen wüst aus, die Übergabe erfolgt bald. Also ein großer Pool für so eine kleine Anlage, wirklich optimale Größe mit Wasserlauf. Hier unten werden die Sozialaktivitäten entstehen. Hier wird Fitnesssalon kommen, hier wird Sauna kommen, hier wird Hammam kommen. Übrigens, das sind eine meiner Lieblingssteine. Ich habe so ähnliche, aber in blau, wie sie da vorne sind, aber in klein. Wirklich sehr, sehr schön hochwertig. Hier ist die Zufahrt zu den Parkmöglichkeiten. So, hier auf der Rückseite des Gebäudes hat man natürlich die Möglichkeit, sein Fahrzeug entsprechend zu parken. Übrigens optimal, weil Video überwacht. Alles Video überwacht und vor allen Dingen das ganz wichtigste, das aller, aller, aller wichtigste, Schatten. Weil wenn die Sonne in der Mitte steht, ab 12 Uhr steht sie horizontal über dem Haus, hat man hier Schatten. Das heißt, ihr habt, wenn ihr im Sommer in das Auto einsteigt, keine 65 oder 60 Grad, sondern habt normale 30 Grad. Das kriegt man runtergekühlt mit der Klimaanlage entsprechend. Und wir gehen weiter. Also auch hier innen drin hochwertig, Naturstein, Videoüberwachung. Wie schon gesagt, wird hier der Fitnessbereich entstehen mit Blick auf den Pool, Glaswand. Hier haben wir Toilette, Toilette, Dusche und Umkleide. Also kann man nach dem Sport duschen, Pool, Liege und das Leben hier genießen. Herzlich willkommen im obersten Stockwerk, Wohnung Nummer 21. Nicht erschrecken, ist noch Baustelle, Übergabe steht noch bevor. Unter der Treppe kann man sich hier eine Staumöglichkeit machen. Kleiner Eingangsbereich. Finde ich auch in Ordnung, dass man nicht direkt im Wohnzimmer steht. Und hier ist auch schon das erste Gäste-WC und das schauen wir uns an. Hängeschrank, Unterschrank und Toilette bis nach oben hindurch gefließt. So, und jetzt schauen wir uns das erste Schlafzimmer an. Erste Schlafzimmer, Arbeitszimmer dieser 3 plus 1 Wohnung. Platz für den Schreibtisch. Mehr Blick. Kann man das sehen? Also ich kann das sehen, könnt ihr das auch sehen. Oh, ist schön luftig. Schön angenehm. Vorne ist ein bisschen mehr Blick. Hier vorne ist direkt die Barbarostraße, wo ihr alle Einkaufsmöglichkeiten vorfinden werdet. Waren wir gestern übrigens auch im Blue Hawaii essen. So, und wir gehen direkt ins Wohnzimmer. Wohnzimmer mit amerikanischer Küche. Platz für Kühlschrank, Koch-Ceranfeld, Ofen, Spülmaschine, Abzugshaube. Und auch von hier haben wir Mehrblick. Ist zwar nicht erste Reihe, aber schaut, von hier haben wir auch Mehrblick. Dort hinten durch. Ist wirklich zentral gelegen, muss man schon sagen. Steckdosen. Anschluss, Klimavorbereitung haben wir gemacht. Und wir gehen mal auf den Balkon. So, ach, ein bisschen frische Luft tanken. Schadet ja nicht. Wir haben jetzt aktuell 32 Grad. Ihr seht es, es ist ein bisschen warm. Ja, die Meeresbrise, die tut schon gut. Wurde auch Zeit, dass mal langsam das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird. Und da ich da sagte, wir befinden uns in einer Duplex, sprich eine Masonettwohnung, heißt das, wir gehen ein Stockwerk rauf. Oberer Stockwerk, wieder ein Flur, passt und wir schauen uns das nächste Badezimmer an. Wieder Dusche, Kabine kommt noch, bis oben hin durchgefließt. Und wir schauen uns direkt die Schlafzimmer an. Schlafzimmer, Arbeitszimmer, wie man es möchte. Tür von beiden Seiten zu öffnen. Ach ja, ich liebe Alanya. Auch hier haben wir wieder Naturstein. Und was sie wirklich gut gelöst haben, wieder kleine Abstellkammer, beziehungsweise Versteckmöglichkeit für die Klimaendgeräte. Also die Geräte, die außen hängen, damit sie die Fassade nicht verschandeln. Und wir schauen uns den Master-Bedroom an. Hier wären wir im Master-Bedroom angekommen. Hier haben wir auch zwei Balkone. Platz für ein Bett. Anschlüsse, Klima. Über der Tür befindlich. Vorbereitung schon für indirekte Beleuchtung. Durchzug. Das tut richtig gut, wenn man hier steht, der Durchzug, der Durchzug kommt. Und da gehen wir hin. Wie schon gesagt, wir haben hier eine 3 plus 1 Wohnung. Zwei Badezimmer, drei Balkone. Offene amerikanische Küche. Wird ohne Endgeräte übergeben. Preis wird in der Videobeschreibung sein. Weil je nachdem, wenn ihr das in 2, 3, 4, 5 Monaten schaut, das Video, wenn es bis dahin nicht verkauft sein sollte, was ich nicht glaube, wird sich der Preis vermutlich geändert haben. Ich werde zu diesen Geschichten auch noch mal ein separates Video auf diesem Kanal machen. Quadratmeter 125. Und wir schauen uns den letzten Balkon an. Ach, dieser Durchzug. Ich liebe das. Herrlich. Auch hier haben wir wieder den Naturstein. Platz für die Klima. Beziehungsweise Staumöglichkeiten. Da kann man beispielsweise auch Koffer hinstellen, wenn man das Bedürfnis hat, wieder nach Deutschland zu verreisen. Herrlich. Wenn ihr Interesse haben solltet, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. dennis.novatürki.com.trä Via WhatsApp können wir natürlich auch gerne miteinander in Kontakt treten. Wenn euch das Thema Immobilien oder auch im Bau befindliche Projekte interessieren sollte, www.novatürki.com.trä Unsere Internetseite entsprechend aufsuchen. Wenn euch der Kanal gefällt, freut mich das. Dann würde ich mich noch viel mehr freuen über ein Abo. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.